Ich spiele die Schlacht jetzt, das ist mir jetzt egal. So, daraus vermutlich jetzt noch eine neue Folge. Ähm, ich habe zum Glück noch zwei volle Einheiten, ansonsten habe ich nichts volles. Hoffentlich ist das nur, ich habe gar nicht geguckt, ob das nur leichte Kavallerie ist. Das wäre gut, wenn das nur leichte Kavallerie wäre. Dann können das nämlich keine Fernkämpfer. Das ist nämlich gut. Ähm, ich kann ihm unter Umständen mit meinen Sperrträgern entgegentreten. Ähm, also wenn ich die Armee besiegen sollte, dann habe ich auf jeden Fall einen großen Schritt getan. Dann können sich die anderen Armeen etwas regenerieren, das ist das Wichtige. Ähm, und diese Rebellen da oben, die sind jetzt so hoch wie breit, ähm, die müssen uns stabilisieren. Das ist wichtig. Es ist vor allem wichtig, diese Hafenstadt zu, ähm, zu halten, dass, ähm, die, da die auch befestigt ist, eben. Dann können wir uns da etwas besser verteidigen. So, Aufstellung starten, ich weiß leider nicht, äh, steht schon. Was ist das? Schwere Kavallerie. Uh. Unsere Verstärkung kommt von da hinten. Beide an. Beide. So, das heißt, wir stellen sie auch so auf, dass wir diese Einheit, diese Kavallerie, diese Einheit noch wirklich nutzen. Die könnte ich hier irgendwo aufstellen. Die stelle ich mal hier auf, um mir in den Rücken zu fallen. So. Federati. Hm, nein. Erst stelle ich die hier auf. Der kann sogar in den Speerwand-Modus gehen. Da kommt der mal vor die Einheiten hin. Der kommt hier an der Flanke noch dran. Und die Federatis die Mitte. Der General da hin. Dann stelle ich die mal in die Formation auf. Und die kommen dann da. Ja, das mag es auf der einen Seite mal gut klingen. Jetzt muss ich mal ganz kurz neu umdenken. Und zwar sehe ich jetzt die Formation nochmal komplett auf. So. Mal zu kurz verlegen. Federatis. Gehen wir da rum. Jetzt. Zwei Generäle kommen. Die Generäle kommen zusammen. Da können die Speerkämpfer. Die kommen da rein. Die müssen da bleiben. Die, die�� soawa rollen. Die. 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 Diese. Die. 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 Ich bin glücklich, dem Kaiser zu dienen. Zu Befehl. Mandator Tua. Bequietes, Kundschafter. Star-Kampf-Kavalerie. Wir erwarten eure Befehle. Schnell jetzt. So, muss alle Einheiten mal aufstellen. So, jetzt kommen alle Fernkämpfer in den Plank-Pill-Modus. Absurde Information. Und jetzt mal ganz langsam vorrückend. Hier geht man noch aus dem Modus heraus. Das wird dauert. Das wird dauert. Und jetzt mal ganz langsam vorrückend. Beklusiv, wenn ich die K.A. jetzt zusammenschießen lassen würde. So, ist... Ich hab jetzt tatsächlich eine Idee. Und zwar... Wie weit reichen denn meine Bogenschützen? Ich könnte es gerade so machen, dass die gerade so in Reichweite sind. So genau, ich soll es aufstellen. Dann funktioniert das nicht! Bereit loszurenden! Ich erwarte eure Befehle! Zu Befehl! Was ist das? Für Gott im Himmel! Was ist das? 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 Ja, sehr gut. Der ist geschlagen. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Ich habe das? was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was?